Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben. Ihr seht es oben an der Uhrzeit schon eingebildet. Es ist 1.17 Uhr und ich bin ein bisschen genervt mal wieder und möchte das mit euch teilen. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich eine Mobilcom Debitelkarte habe. Kann ich euch hier mal zeigen. Und ich bin jetzt auch gerade bei mir im Kundenportal eingeloggt. Also ich bin eingeloggt, kann man das hier irgendwo sehen, dass ich eingeloggt bin. Ja, also man sieht hier meinen Tarif, meinen MD. Ich bin hier eingeloggt auf jeden Fall. Ich muss noch aufpassen mit den Daten. Und ich habe jetzt hier eine Netzstörung. Und ja, an wen wendet man sich, wenn man eine Störung hat im Netz? Richtig. Nicht an den Netzbetreiber, sondern an denjenigen, der einem die Rechnung stellt. In dem Fall hier Mobilcom Debitel. Ihr wisst ja, ich habe den O2 Unlimited Max. So weit, so gut. Zeige euch mal eben. Wir können hier auf die O2-Website gehen. Da kann man immer einen Live-Check machen. Verlinke euch das unten in der Videobeschreibung, auch wenn das für euch interessant sein sollte. So. Das Geniale ist bei O2, ihr könnt hier tatsächlich checken, ob in eurer Region schon eine Störung gemeldet oder erkannt wurde. Funktioniert aus der Erfahrung, kann ich euch sagen. War ja damals auch O2 Direktkunde sehr, sehr gut. So. Jetzt gebe ich hier meine Postleitzahl gerade mal ein. So. Und wir stellen hier auch relativ schnell fest. Ja. Eine Basisstation in der Nähe funktioniert momentan nicht einbahnfrei. So. Und wir haben jetzt hier ein rotes Symbol. Das sagt uns ganz klar, das läuft hier nicht. Also nicht rund zumindest. So. Jetzt habe ich hier immer wieder in der Region Probleme. Es scheint hier auch ein längeres Problem zu sein. Ich möchte jetzt hier meinen Provider darüber informieren. Und da geht man hier in der Regel auf Impressum, weil man will ja irgendwie den Anbieter kontaktieren. Und da findet man eine E-Mail-Adresse, die als Bilddatei drauf ist. Also die kann man nicht kopieren. Ja. Hat vielleicht Spam-Hintergründe, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie so dargestellt. Die muss nämlich E-Mail-Kontakt laut Paragraf 5 Telekommunikationsgesetz muss eine E-Mail-Adresse auf der Website ersichtlich sein. So. Ähm. Wenn ihr jetzt eine E-Mail hinschickt, müsst ihr sämtliche Daten in die E-Mail reinschreiben, damit das System überhaupt erkennt, dass ihr es seid. Und so weiter und so fort. Und dann kriegt ihr eine Rückantwort. Ach ja, schicken sie uns mal die Kundennummer und ihr Geburtsdatum und dies und das. Und legitimiert euch doch bitte erstmal 5000 Mal. Das wollen wir natürlich in dem Fall umgehen. Ähm. Den Kontaktbutton, den verändert man immer wieder hier bei Mobil.com.debitel. Finde ich persönlich nicht kundenfreundlich. Ja. Hier wird ihnen geholfen, ist so ein Button, wo man dann erstmal hier in so ein Menü kommt, wo man erstmal versucht, die Kundenanfrage zu lösen, ja, mit irgendwelchen Dingen. Ja. Also ich könnte jetzt hier oben auch, ich könnte jetzt hier oben auch mein Anliegen eingeben. Das ist in dem Fall eine Störung. Ja. Oder Störungen. Ist ja jetzt vollkommen egal. Können wir hier auf Weiterlesen gehen. So kriegen wir hier dann erstmal einen allgemeinen Hinweis, was kann man machen, Flugmodus, bababab. Und all solche Sachen hier so. Jetzt kann man hier aber, wie ihr seht, nicht irgendwie Kontakt aufnehmen. Man soll doch bitte hier die Hotline anrufen oder eine Ersatzkarte bestellen. Und die Hotline ist auch nur zwischen 28 Uhr erreichbar. Und ja, andererseits kannst du uns hier per WhatsApp kontaktieren. Aber da sind die Zeiten noch begrenzter. 8 bis 19 Uhr. Und selbst da, ich habe den WhatsApp-Kontakt bei Mobilcom Devitel in der Vergangenheit oft genutzt. Teilweise gar keine Antwort. Dann schreibst du zwei, drei Mal, bis du da überhaupt mal eine Antwort kriegst. Obwohl dir gesagt wird, wenn keiner erreichbar ist, beziehungsweise deine Anfrage durch die Menge der Anfragen nicht abgearbeitet werden kann, dann wird dir wahrscheinlich bis zu irgendeinem Stichpunkt wird alles abgearbeitet. Und alles, was dann nicht abgearbeitet werden konnte, fällt einfach hinten weg. So habe ich zumindest die Vermutung. So ist es nämlich gewesen, weil ich immer wieder mal dann zu unterschiedlichen Zeiten nochmal geschrieben habe, diesen Bot quasi, dass ich einen Kundenberater sprechen will, auch alle relevanten Daten eingeben, ist alles nicht zufriedenstellend, will ich kurz und knackig damit sagen. Also das ist nichts, dieser WhatsApp-Chat. Unter Umständen sprichst du da auch immer wieder mit verschiedenen Callcenter-Agents und so weiter und so weiter. Naja, gut. Was wir jetzt hier wollen, ist eine Lösung. Also ich will hier eigentlich einen Link haben, wo ich zum Kontaktformular komme. Nur das Wort Störung, das mag Mobilcom Devitel so überhaupt nicht. und eigentlich will man das ja auch wegschieben, weil wir sind ja auch nicht der Netzbetreiber selber, sondern wir sind nur der Provider und ich ziehe zwar das Geld ein, aber wenn technische Probleme in dem Netz sind, was wir dir verkaufen, dann können wir nichts dafür. Dann musst du mit deinem Handy woanders hingehen. Solche Salopp-Aussagen habe ich schon oft bei Mobilcom Devitel bekommen. Funktioniert natürlich rechtlich so nicht. Wenn du einen dauerhaften Ausfall hast an Standorten, an denen du nun mal bist, dann kann man dir nicht sagen, du bist in Hamburg, aber hey, in Bremen oder Frankfurt funktioniert das Netz bestens. Deswegen geh doch da hin. Also du kannst das Netz ja woanders nutzen. Also das ist rechtlich schwierig. Solche Sachen. Ja, die Lösung, die wir jetzt hier haben wollen, ist natürlich, wir wollen Mobilcom Devitel kontaktieren und wollen das schriftlich machen und wollen, dass sämtliche Kundendaten gleich übermittelt werden, damit diese ganze Legitimation nicht stattfindet. Ich bin jetzt bei Mobilcom Devitel gerade eingeloggt. Können wir auch hier mal draufklicken. Ja, da seht ihr das. Ich bin eingeloggt, also alles tutti. Ja, hier seht ihr auch mal meinen Tarif. Seht mal, was ich diesen Monat so verbraucht habe. Ihr wisst, zum Telefonieren und SMS schicken wird diese SIM-Karte nicht mehr genutzt, aber wollte euch hier nochmal zeigen, dass wir eingeloggt sind. So, also wie können wir jetzt Mobilcom Devitel kontaktieren? Ja, auf jeden Fall nicht über diesen Weg, sondern wir gehen auf Impressum. Dann finden wir wieder diesen schönen Button. Hier wird Ihnen geholfen. Da klicken wir wieder drauf. Und jetzt müssen wir einen anderen Stichpunkt eingeben. Jetzt überlege ich gerade, welchen Stichpunkt könnten wir machen. Vertragsverlängerung wollen wir auch nicht. Da müssen wir mal aufpassen, was nehmen wir denn jetzt für den Punkt? Jetzt machen wir mal einen kurzen Gedankenschwung, um mal hier zum Ziel zu kommen. Wir wollen ja im Prinzip erreichen, dass hier eine Gutschrift erstellt wird, weil hier momentan keine Leistung erbracht wird. So, das heißt, wir werden mal den Punkt Gutschriften suchen. Gehen hier mal drauf und schauen uns das Ganze mal an. Aha, hier haben wir dann schon mal einen Button. So, hier geht es auch um Gutschriften, bi-ba-bop. Bei Gutschriften ist es interessant, da wird uns auch keine Servicenummer angeboten. Ja, die 040-Nummer, die ist da auch schon gar nicht mehr zu sehen. Ist ganz interessant, oder? Wie Mobil.com, Devitel das alles so steuert. Also, es kommt immer darauf an, was für ein Thema ihr habt, ob dann überhaupt die 040-Nummer hier angezeigt wird. Ja, in manchen Punkten ist die dann noch zu sehen, in manchen dann gar nicht mehr. Aber was haben wir hier Schönes? Richtig, hier unten haben wir den Button Kontakt aufnehmen. Kommt immer darauf an, welches Thema wir haben. Gut, wir können jetzt hier auf den Button Kontakt aufnehmen klicken. Ich habe jetzt mal eben meine Rufnummer und Kundennummer hier weggemacht für den Moment. Ihr könnt hier per Freitext dann tatsächlich eine Nachricht übermitteln. Also, es ist tatsächlich schwierig, hier das Ganze irgendwie hinzubekommen, dass man hier einfach Kontakt aufnehmen kann. Man möchte meinen, wenn man im Impressum ist, dass man da irgendwie eine Möglichkeit hat, eine Kontaktformula auszufüllen. Nee, nee, so einfach funktioniert das hier nicht. Aber das ist einer dieser Wege, die ich euch da ans Herz legen kann. Also, macht das genau so, dann kommt ihr zum Ziel. Denn das Gute ist, dadurch, dass das hier alles vorgeschrieben ist und über den eingeloggten Zustand eurer Mobilcom-Debitel-Service-Seite läuft, also Voraussetzung, ihr müsst eingeloggt sein, um das Tool hier so nutzen zu können, dann wird das nämlich automatisch auf eurem Datensatz hinterlegt. Ihr bekommt, wenn ihr diese Anfrage macht, das ist das Schöne, auch direkt eine E-Mail-Bestätigung. Ja, also es geht direkt eine E-Mail raus an euch, blende euch das mal eben ein, wie das ausschaut. Das ist die Anfrage, dann mit einer Auftragsnummer und euren Lauftext, den seht ihr da auch nochmal. Ja, also, wenn ihr Probleme habt, lasst euch nicht abwimmeln und macht all die Dinge, die ihr mit Mobilfunkanbietern, wie zum Beispiel Mobilcom-Debitel, machen wollt, immer schriftlich. Glaubt mir, schriftlich ist immer top, weil ihr könnt euch auf etwas beziehen. Habt ihr ein Telefongespräch geführt, wird das unter Umständen gar nicht dokumentiert. Also nutzt immer den Weg einer schriftlichen Anfrage. In dem Fall ist das bei Mobilcom-Debitel sehr, sehr umständlich und ich persönlich finde nicht kundenfreundlich. Also es müsste eigentlich im Impressum immer ein Kontaktformular zur Verfügung stehen. Vielleicht kann man irgendwie noch ein Thema auswählen. Aus irgendeiner Maske oder so. Aber wie das hier der Fall ist, bei bestimmten Themen wird der Button angezeigt, bei anderen Themen wird der Button nicht angezeigt. Beim Kündigungsformular haben wir eben auch gesehen, da wird dann einfach ein vorgefertigter Text zur Kündigung genommen. Vielleicht möchte ich aber den Text verändert darstellen. Vielleicht möchte ich auch eine fristlose Kündigung machen. All das funktioniert gar nicht, weil du den Text nicht bearbeiten kannst, wie wir eben gesehen haben. Das sind so Dinge, das ist halt, ne, ja. Macht das über diesen Weg, zum Beispiel hier bei Gutschriften, könntet ihr beispielsweise auch eure eigenformulierte, selbstformulierte Kündigung reinschreiben. Da kann man dann zum Beispiel noch einen Zusatz reinschreiben, wie ich entziehe Ihnen die Werbeerlaubnis, Sie dürfen mich nicht mehr kontaktieren, ne, zum Beispiel. Das sind all so Sachen, die, äh, die man im Freitext hinzufügen kann und die natürlich bei einer vorgefertigten Nachricht, wo dann im Prinzip ein Kontaktformular aufgeht, aber man den Freitext, der dort steht, oder der eben gar kein Freitext ist, ja, nicht bearbeiten kann, das ist schon, das ist schon, schon sehr, sehr eingegrenzt. Aber so hat man es natürlich gerne, man hat den Kunden immer gerne sehr, sehr eingeschränkt. Deswegen war es mir auch wichtig, dieses Video zu machen, dass ihr einfach seht, wie kann ich Kontakt aufnehmen und wie kann ich tatsächlich hier einen Freitext eingeben, ja, wie kann ich den Text verändern und, ähm, wie funktioniert das Ganze. Ihr habt hier die Möglichkeit, noch Anhänge reinzumachen zu eurem Anliegen, achtet darauf, dass ihr tatsächlich dann nur diese Dateiformate, die ihr hier seht, die hier unten eingeblendet sind, verwendet. Das ist beim iPhone in der Regel kein Problem, wenn ihr irgendwie ein Screenshot macht, dann wird es eine JPEG sein oder eine PNG. Achtet darauf, dass die einzelnen Dateien nicht größer als 8 MB sind. Wenn das Video für euch hilfreich war oder ihr irgendwelche anderen Fragen habt, dann schreibt sie mir einfach unten gerne in die Kommentare. Ich versuche, nach meinem Wissensstand zu beantworten. Es sind aber hier auf dem Kanal auch sehr, sehr viele hochintelligente Leute zum Thema Mobilfunk unterwegs, ähm, die beantworten hier gerne auch Fragen. Was mich auch interessieren würde, ist, wie seht ihr das? Findet ihr das genauso daneben wie ich, dass man hier irgendwie nur bei bestimmten Themen die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme anbietet und sogar beim Stichpunkt Kündigung nur ein vergrautes Kontaktformular, wo man im Prinzip nur die Möglichkeit hat, den vorgefertigten Text zu übermitteln. Gerne mal eure Meinung einfach in die Kommentare. Ich lege mich jetzt hin. Ja, es ist gleich 2 Uhr nachts. Wenn ihr das Video wahrscheinlich seht, dann ist es 3 Uhr nachts. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald.